So, jetzt mischten wir eigentlich alles eingesammelt haben. Halt's Maul! Werkzeug, dass sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Was ist das? Boah. Wir kriegen Besuch. Nicht schon wieder. Boah. Wieder eine! Scheiße! Kriegner erledigt! So. Er ist ungedeckt! Legt ihn um! Schrotwinter unterwegs! Rangbewegung! Agazin wechseln! Tango kommt näher! Feind am Boden! Da steht einer im Freien! Tango kommt näher! Feind am Boden! Okay, Granaten haben wir genug. Was ist denn jetzt lang da hinten? Was ist denn jetzt lang da hinten? Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie's kapiert. Meine Leute machen ein Stürmmanöver vorm Haupttor. Das ist die 33. auf Drab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Abgesperrt. Scheiße. Wir sind entdeckt. Haben Sie ein Plan, Rex? Bringt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das ist sondervoller Witz. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Feind mit Schrot für Scheiße. Die Rücken von Insel haben. Die Gedeckung. Tango bewegt nicht. Leg ihn auf. Er ist ausgedeckt. Leg ihn auf. Wow, Mann. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Lade nach, Walker. Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Sudo-Mail. Sieht nach. Sieht nach. Siehe Ziele oberrättern. Ihr könnt den Strip-Garnattest. Da sind sie. Da will einer aus der Deckung. Tango bewegt sich. Leg ihn auf. Kein erledigt. Gegner erledigt. Leg ihn um, verdammt. Was soll ich denn das machen ohne Munition? Was soll ich denn das machen ohne Munition? Mah. M Vorsicht! Sie kann näher! Das kann ihr mir auch, du Penner. Feind ausgeschaltet! Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Solos auf die Jagd gehen, gibt es kein Halb. Tendau am Boden. Schrottflinte in Sicht. Da hört sich was. Ist ungeschützte Denkung. Wir werden hier noch überraten. Die Tür auf. Was? Aber erst mal Munition einsammeln. Beeilung Walker. Ja. Ist sehr gut. Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter ihnen! Oh, scheiße! Worauf wartet ihr? Los, los! Ich werde hier nicht Händchen halten. Ciao! Boah! 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 Moment. Hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Wir sind entdeckt! Feuer! Suche eine Deckung! Da bewegt sich einer! Oh Scheiße! Entdeckung! Muss nachladen! Da steht einer im Freien! Los jetzt! Schrotflint auf dem Weg! Jetzt hat er was für die Pläne! Fl improved. Ver verdad! Wir haben es abgewählt! Verb mise! Deutscher wird sich! Vorsicht! Halt berät sich! Er ist ungedeckt, legt ihn auf! Schwerer Trooper, bereit machen! Ach, nicht schon wieder. Oh, ich hasse diese schweren Trooper. Moment, mir stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Aufpassen! Da bewegt sich was! Oh Scheiße, in Deckung! Da bewegt sich in Deckung! Feind erledigt! Unter Beschuss, gehe in Deckung! Da bewegt sich einer! Schrotzwind auf den Weg! Schrotzwind auf den Weg! Oh Gott! Wieder einer weniger! Rücke vor! Scheiße! Schwerer Trooper! Ich lade nach! Schwerer Trooper! Schwerer Trooper! Schwerer Trooper! Schwerer Trooper! weg Ok, probieren wir es mal mit der Ja, mach doch, ey, blöd Ja, mach doch, ey, blöd Habt das rein So Homma ist endlich Ich weiß nicht, ob ich dem Typen trauen soll Ich traue ihm nicht Ich auch nicht Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen Überlegen Sie sich, wem Sie helfen, Captain Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben Auch Ihre Männer Riggs will niemanden retten Er will die Wahrheit begraben Zusammen mit den Leichen Ok 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 Ich glaube, das war leise Ja, das war's wohl mit leise Ok Geht in Deckung Halt, bewirkt sich Vorsicht Ja, voll haben wir das ja in Disco, oder was Lade nach Achtet auf die Schuhenflitte Brücke auf Tendo am Boden Hey, feindvolle Deckung, legt ihn auf Ich steck fest, verdammt Da kommt noch mehr Aus dem Erdgeschuss Für uns Hab einen Jetzt sagen wir, warum rennt die auch immer gleich zu Kilometer weit vor Oh Gott, ich brauche Hilfe, Walker Habe ihn! Hebe ihn auf, lieber bleib zurück Habe ihn, helfe ihn Ich schätze nicht Ich schätze nicht Hey, wo sind die Spacken echt? Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn ziehen soll Boah, Mann, 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 Mann Sooo Vorsicht, sie kommt erst! Ich bin so alt für diese Scheiße Ja, da gebe ich dir recht Ja, da gebe ich dir recht Halt, wieso hast du Die ganze Zeit kein Muckser von sich geben und dann Oh, du bist ein Fixer Warte Die reiße ich jetzt erstmal den allerwertesten vor Ja, f*** Ja, f*** Hör auf die Granate! Hör auf die Granate! Ja, f*** Scheiße! Das sind Feinde! Ich gehe erstmal, wenn du in Deckung gehst, du Hirn. Abschalten! Echt gut! Vorsicht! Schrundflinte im Anmarsch! Erschreckt mich noch einmal, du Depp! Lade nach! Er ist ungedeckt! Linke Lumpen! Da kommt noch ein Trumpf von unten! Vorsicht! Das ist noch nicht vorbei! Nein! Gegner erledigt! So, nächste bitte! Unterwegs! Ich kann nicht weiter! Zu viel mehr Schrundflinte! Achtet auf die Schrundflinte! Vorsicht! Falsch bewegt dich! Er ist ungedeckt! Fliegt genug! Ja! Ja! Ich bin dabei! Ziel am Boden! Verdammt! Das wird noch krass! Ja, bei den Sitzen! Auf 12 Uhr! Herr Lennykig! Shalt ihn aus! Ich bleibe an deinem Ziel dran, aber ich kriege ihn nicht ins Visier, verdammt! Darf ich das wieder machen, oder was? Werfe Granate! Hör ihn! Soooo, der noch da hinten? Na komm! Boah, Mann! Wo ist denn da hin? Unterm Schuss! Gehe in Deckung! Soooo! Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Irgendwo da runter! Soooo! Soooo! Was haben wir noch? Soooo! 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 Entdeckung! Hab einen! Weiter Boden! Beim Automaten! Die sind erledigt! Ziel erledigt! Ah, diesmal kriege ich es hinten, hoffe ich. Sie sind unterwegs! So... Gegner erledigt! Halt, bewegt sich! Vorsicht! So, noch einer. Okay, schnappen wir uns diese Scheiß-Trucks! Boah, komm! Komm, schalten aus, du Penner! Scheiße! Okay, hab ihn! Er ist tot! So, endlich! Hol mich der Teufel! Ihr lebt noch! Falls das so bleiben soll, empfehle ich das! Hopp, hopp, Leute! Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen! Ja, dann bestanden! Soll ich ihn abknallen? Oder machst du's lieber selbst? Dann wird das hier überleben, gehört er dir! Diese Sache hat ihren Preis, Walker! Ich hoffe, sie sind bereit, ihn zu zahlen! Untertitelung des ZDF, 2020